Hallo ihr Lieben! Einen Großteil meiner Kindheit habe ich lesen verbracht. Sobald ich auch nur einigermaßen kurze Sätze entziffern konnte, habe ich mich mit Schülerlexika auseinandergesetzt. Später waren es die mehrbändigen Werke und einige tausend Stunden könnten so zusammengekommen sein, aber das änderte sich fundamental als die Buchversion der Lexika vom Internet abgelöst wurden, jedenfalls in meinem Leben. Nicht nur einige tausend, nein, einige zigtausend Stunden sind zusammengekommen, die ich inzwischen mit der Lektüre von Wikipedia-Artikeln verbracht habe. Bisweilen habe ich sogar mal das ein oder andere selber hinzugefügt und ich habe unglaubliche Wissenslücken, nicht schließen, aber doch wenigstens schottern können, mit dem Wissen, das ich aus Wikipedia-Artikeln mir selber angeeignet habe. Ich danke recht herzlich für diesen Markstein in der Menschheitsgeschichte, der allen Menschen zugute kommt. Nicht nur uns hier im privilegierten nördlichen Teil, sondern überall. Das ist eine tolle Sache und ich befürworte das wünsche auch für die nächsten 20, 200, 2000 Jahre alles Gute. Weitermachen, liebes Wikipedia, euer Oh Gott. a wird